Freunde, es ist soweit, Modern Warfare 2 und somit auch Warzone 2 stehen vor der Tür. Einige Creator konnten ja auch gestern schon auf dem Los Angeles Event Warzone 2 sowie dem Modern Warfare 2 Multiplayer spielen. Und dort hat man einige Neuerungen gesehen, einige Änderungen, was mit Warzone 2 auf jeden Fall kommen wird. Und deswegen mache ich heute für euch dieses Video die drei größten Änderungen, die uns mit Warzone 2 erwarten werden. Ob diese dann jetzt gut oder schlecht sind, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren entscheiden. Und dann würde ich sagen, Freunde, fangen wir direkt an mit dem Video. Und ja, Freunde, ich mache noch COD-Content. Ich bin nicht full zuweil und geswitcht. Ja, okay, ich küsse auf euren Herzen. Und vielleicht gibt es denn nichts, sondern noch ein kurzer Erklärungsvideo, warum ich denn jetzt in letzter Zeit kein Warzone mehr gespielt habe. Fangen wir an mit der ersten großen Änderung. Und zwar würde es anstatt einen großen Kreis in Warzone 2 drei große Kreise geben, wie ihr es gerade im Hintergrund seht. Diese drei Kreise werden dann zum Schluss zu allen zusammengefasst. Auf jeden Fall eine sehr interessante und neue Änderung auch zu generell einem Battle Royale. in die Richtung. Korrigiert mich gerne, falls ich falsch liege. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, ob es nötig gewesen ist. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren entscheiden. Kommen wir zur zweiten großen Änderung, die mit Warzone 2 kommen wird. Und zwar geht es diesmal um den Gulag. Der neue Gulag wurde auch schon vorgestellt. Und zwar ist es nicht dieses Mal ein ganz normaler 1v1 Gulag, wo er mit einer Waffe spawnt oder sonstiges. Es ist allererstens ein 2v2 Gulag. Ihr spawnt mit nichts in der Hand und müsst die Waffen dann, die dort rumliegen, aufheben. Ich finde, es ist ein bisschen ähnlich zum Feuergefechten-Modus, den es ja in Modern Warfare 19 Multiplayer gab. Das war ja auch ein 2v2-Modus und dort gab es auch mal so eine Art Feuergefechts-Modus, wo ihr nicht mit euren Klassen gespielt habt, sondern auch die Waffen, die dort rumlagen, aufheben musstet. Und so ähnlich wird auch irgendwie der neue Gulag sein. Auf jeden Fall auch sehr interessante Änderung. Bin ich ehrlich gesagt nicht so der Freund von. Aber mal gucken, wie es sich dann spielen wird und wie es sich ergibt, wenn es soweit ist. Kommen wir nun zur dritten großen Änderung, die auch einige bestimmt, ich sag mal, stören wird. Auf jeden Fall wird es im neuen Warzone 2.0 keine Loadouts mehr geben. Das Ganze erinnert, wo einige Spieler, die das auf dem LAN-Event gespielt haben, so ein bisschen an den Blackout-Modus von Black Ops 4. Und zwar könnt ihr an den By-Stations eure Waffen irgendwie upgraden oder neue Waffen oder Waffen eurer Wahl, die es halt in dem Spiel gibt, extra kaufen. Und da dann wahrscheinlich Aufsätze für upgraden, Aufsätze kaufen oder halt schon vorgefertigte Aufsatzpakete, wie auch immer, für die Waffen kaufen. Auf jeden Fall werden wir jetzt mehr Zeit an den Shops verbringen. Da es ja nun keine Loadouts mehr gibt, sondern wir jede Waffe extra kaufen müssen, ausrüsten müssen und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und die Änderung finde ich auch jetzt, es ist kompliziert. Aber wie gesagt, ich will im Vorhinein gar nicht viel jetzt shit-talken oder irgendwas. Aber man muss immer erst gespielt haben, bevor man irgendwie jetzt groß konstruktiv eine Meinung rüberbringen kann. Aber schreibt mir, wie gesagt, mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesen drei großen Änderungen in Warzone 2 haltet. Das würde mich auf jeden Fall mal mega interessieren, Freunde. Deswegen schreibt das gerne mal in die Kommentare. Natürlich gibt es noch viele andere große Neuerungen, die auch mit Warzone 2 und MW 2 kommen. Unter anderem gibt es ja jetzt auch Boote. Tatsächlich kann man jetzt auch endlich mal schwimmen in Warzone. Es gibt sogar Bots in Warzone. Also es gibt jetzt KI-Gegner. Wofür und warum man das macht, ist mir halt ein komplettes Rätsel. Und viele andere große Änderungen werden es auf jeden Fall auch noch erwarten. Und dann würde ich sagen, war es schon mit dem Video für heute. Ich bedanke mich bei allen, die bis zum Ende geschaut haben, Freunde. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream.